Musik Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass wir uns heute zum Wochenbeginn wieder live sehen. Hat geklappt mit der Reparatur von allem. Stream funktioniert jetzt also wieder wunderbar. Da nutzen wir doch gleich mal die Gelegenheit und schauen heute, wie ich das im Research am Sonntag auch avisiert hatte, auf britisches Fund, US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und auf das WTI. Interessante Verortung, muss ich sagen. Sieht interessant aus für eine mögliche gute Bewegung. Das sogar in beide Richtungen, wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es im WTI nach oben doch ziemlich schwer werden könnte. Aber wir schauen uns das Ganze gleich mit an. Fragen natürlich wie immer auch gern. Bitte einfach rein in die Chats auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Und ich kümmere mich sehr, sehr gerne. Ja, das Ganze machen wir hier auch live. Das ist so der kleine Schmanker für diejenigen, die die Zeit haben, morgens mit reinzuschauen. Die Live-Analysen. Zuvor, wie immer, der Risiko hinweist. Der Handel mit die Wiesen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte das Ganze hier in Gänze auch zur Kenntnis nehmen und sage an diesem Punkt auch gleich nochmal einen ganz lieben Dank für die guten Morgengrüße, die hier auf Facebook reingeflattert kommen und auch auf GoToWebinar. Und die, die hier live zuschauen, auch auf Facebook, gerne mal Daumen hoch. Da sehe ich, dass alles okay ist. Ein Like, wie auch immer. Ich freue mich immer auf Rückmeldung. Wir machen weiter mit den Nachrichten, die sind, ja, wie wir das montags immer so haben, spärlich gesät. Ja, wir bekommen, wir haben es ja in der letzten Woche gesehen, noch ein bisschen was an Nachrichten diese Woche. Aber der Montag, der fängt ganz gediegen an. Was wir gesehen haben heute Nacht aus Japan, ja, sieht man, dicke rote Zahlen. Die Exporte sind kräftig gesunken. Handelsbilanz auch ordentlich geschrumpft. Also, da ist noch viel, viel, viel Weg zu gehen zur Normalität Deutschler. Export- bzw. Erzeugerpreisindex, so rum, bei 0, plus, minus 0, keine Veränderung. Kann man sehen, wie man will, die Preise stagnieren. Hat halt auch etwas mit der aktuellen Sache zu tun. Ansonsten, wir sehen es heute am Laufe des Tages. Es gibt nicht wirklich was. Es gibt ein paar Reden von EZB-Seite von Bank of England bzw. MPC-Board aus Großbritannien. Das war es gewesen. Bitte bei den eigenen Assets auch mal nachschauen, ob andere Währungen möglicherweise von Nachrichten betroffen sind. Das muss man immer mit auf der Uhr hat, wann hier Nachrichten kommen. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich rüber in die Charts und starten wir mit der Währungsseite. Wir gehen los mit Euro, Schweizer Franken. Und wie schon gesagt, Leute, wenn ihr eine Frage habt, Wunschmarkt oder ähnliches, gerne einfach rein in die Chats. So, das hätten wir da und damit starten wir. Ich hatte es gesagt, mit Euro, Schweizer Franken. Sehen wir hier momentan, wir hatten ja darüber gesprochen, als wir runtergelaufen sind Richtung 1,071 hier unten. Das war der kleine Eck, wo wir die Korrektur bekommen haben. Die Korrektur zum Aufwärtsschub, den wir hier gesehen haben. Wir haben auch gesehen, hier oben dieser Widerstandsbereich 1,0769 war das kleine Hoch hier drüben an dieser Stelle. Das war oder ist immer noch der wichtige Punkt. Also diese Marke, die wir hier drüben entsprechend sehen, das ist ein Level, das gilt es wirklich zu überwinden. Wir haben es gesehen, wir sind schon mal ordentlich drüber gelaufen, haben das Hoch oben gefunden bei 1,0796. Interessant auch wieder von der Verordnung. Schaut mal, wo hier drüben das kleine Spike hoch gewesen ist. Hier oben an dieser Stelle, hoppala, das war zu viel. Hier drüben an dieser Stelle, das war halt diese Marke. Da sind wir herangelaufen und diese Punkte haben immer wieder Marktbeachtung. Deswegen reden wir in den Morning Briefings auch immer wieder über genau diese Situation. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, was wir jetzt an dieser Stelle haben, dann sehen wir mal, wie dynamisch der Markt mittlerweile wieder nach oben läuft. Ich schiebe es nochmal ganz kurz ein Stückchen rüber, mache es nochmal groß. Wir sehen es hier, das war die Kerze zum Research am Sonntag. Hier der Markt explodiert förmlich nach oben rein und ist jetzt wieder im alten Widerstandslevel angekommen. Hier bleibt es interessant, wenn wir drüber gehen, wir sehen, der untergeordnete Korrekturtrend ist mittlerweile nach oben rausgenommen worden. Deswegen ist die Linie hier auch blau, wird blau eingezeichnet. Da weiß man immer, diejenigen, die mit diesem Trenderkennungstool hier arbeiten, mit dem MTON Live Signal, dass wir da jetzt eine Änderung haben, der Richtung, das heißt hier eher nach oben als nach unten, wenn wir eine Bestätigung finden. Und das gibt uns dann jetzt erstmal die Chance, wieder hier oben reinzulaufen, ins Zwischenhoch bei 1,079,6. Und das schauen wir uns nochmal kurz hier, das ist der 4-Stunden-Chart, den wir hier sehen. Das schauen wir uns nochmal kurz im Kleineren an. Hier, ich gehe mal in die 15 Minuten rein, da sieht man es ein bisschen besser. Ich mache bloß mal die etwas feinere Trenderkennung aus und gehe mal ins gröbere Bild hinein. Hier sehen wir es, schaut es euch an, das hier war der Abwärtstrend, der Korrektive. Der ist jetzt rausgenommen, das ist die große, starke Kerze, die wir im 4-Stunden-Chart hier sehen. Das war die Seitwärtsbewegung, das heißt die 15 Minuten trennten auch so ein bisschen was nach oben. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass wir weiter nach oben laufen. Wir sehen, wir konsolidieren gerade ein bisschen hier in diesem Widerstandslevel. Und wenn wir das, wie schon gesagt, nach oben rausnehmen, möglicherweise aus einer guten Korrektur heraus, haben wir richtig gute Chancen, die Oberseite anzulaufen. Hier, der nächste Punkt wäre dann mal das Hoch des Charts, den wir hier gesehen haben, auch im 4-Stunden-Chart, die 1,079,6. Mit Blick auf den Tagesschart sehen wir auch, was hier los ist. Wenn wir tatsächlich da oben drüber laufen, dann haben wir jetzt hier nicht nur einen Schub nach oben mit einer Gegenbewegung, sondern wenn wir dieses Level oben um die 1,079,6 rausnehmen, dann ist der Weg nach oben da. Dann haben wir einen Aufwärtstrend, der in Richtung dieses Aufwärtstrends hier läuft. Und dann haben wir das Ganze schön gen Norden gestellt. Und der nächste größere Anlaufpunkt, das wäre dann hier oben, das Zwischenhoch bei 1,0914. Da war das Spike hoch hier oben. Auf dem Weg dorthin haben wir noch ein paar Marker liegen. Das ist das, was wir gerade auch im 4-Stunden-Chart gesehen haben hier. Das sind die Tageshochs an dieser Stelle. Mit Ziffern belegt 1,0828, beziehungsweise hier oben die 1,0889. Wer das Ganze mal noch in der kleineren Zeiteinheit sehen will, wir schauen es uns im 4-Stunden-Chart mal an. Da muss ich nur ein bisschen raffen und da sehen wir, wo es herkommt. Schaut mal hier, kleinen Augenblick, nach raus mit dir. Zack, so, schaut mal hier. Das waren die Trends, die abwärtstrendigen Bewegungen. Hier liegen die Korrekturhochs entsprechend. Und das sind die Marken, die wir hier als Anlaufpunkte haben im Euro-Schweizer-Franken. So, dann machen wir weiter mit britischem Pfund. US-Dollar auch als Cable bekannt. Hier an dieser Stelle, wie immer, der Blick kurz in den Tag, damit wir sehen, was los ist. Wir sehen, der Tag äußerst uneinheitlich so rum. Hier erst ein bisschen hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch, dann wieder runter, jetzt wieder hoch. Also der Markt, der kann sich nicht so richtig entscheiden. Was wir allerdings bei etwas näherem Reinzoomen sehen ist, wir gucken uns das jetzt gleich auch in der kleineren Zeiteinheit an. Schaut mal hier, seit gut zwei Handelswochen schwankt der Markt hier hin und her. Oben 1,26,7, unten 1,25,095. Das haben wir als Range da. Und jetzt steht der Markt auf der oder an der Unterseite der Range. Und wir sehen es, bei den letzten Tests dieser Unterseite kam es immer zu kurzen Ausschlägen zur Oberseite hin. Diese Chance gibt es jetzt wieder. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Bruch durch die Unterseite. Das heißt, wenn wir tatsächlich unten drunter laufen, wir haben es schon mal versucht hier mit dem kleinen Spike nach unten, der wurde direkt wieder aufverkauft. Das ist aber durchaus für die kurzfristigen Händler auch immer interessant, solche Sachen zu beobachten. Wenn wir deutlich drunter durchbrechen und das Ganze nachhaltig wird. Erster Anlaufpunkt hier, dieses kleine Zwischentief um die 1,24,38 und dann können wir hier unten auf die Swing losgehen. Und das schauen wir uns mal kurz in der Stunde entsprechend an. Nein, Entschuldigung, im Vier-Stunden-Chart. Die Stunde ist hier nicht unbedingt notwendig. Hier schaut euch das mal an. Das ist die Seitwärts-Range, der Seitwärtslauf, den wir hier drinnen auch haben. Hier sehen wir es auch jetzt trendet. Der Markt ist so ein bisschen nach unten. Hat hier mittlerweile keine fallenden Tiefs, aber fallende Hochs. Damit sehen wir, dass der Markt immer früher anfängt zu verkaufen. Und wie schon gesagt, wenn sich der Markt tatsächlich hier nach unten entlädt, wären die nächsten Anlaufpunkte hier mal zu suchen an diesem kleinen trendigen Verlauf, den wir hier nach oben gesehen haben. Dann hätten wir hier die 1,24,38, 1,23, 5,9 hier unten. Und dann das Zwischentief um die 1,22,5 mit Blick in den Vier-Stunden-Chart an dieser Stelle im britischen Fund US-Dollar. Das wäre auch besprochen. Wenn da Detailfragen zukommen sollten, bitte einfach rein auch in die Chats. Ich sehe auch schon hier ein paar Fragen noch mit stehen. Wir schauen jetzt auf das WTI und dann schauen wir auf Euro-Austral-Dollar und Euro-Japanischen Yen heute für den Vormittag. Ja klar, das gucken wir uns an. Danke übrigens auch für die Zeitnennung. Das hilft mir so ein bisschen den Rahmen mit einzugrenzen. Das wäre es für das britische Fund. Die Oberseite steht ganz klar, der Deckel oben, diese 1,26,7. Und wenn wir uns hier mal in dem Vier-Stunden-Chart ein bisschen umschauen, dann sehen wir auch sozusagen an diesem Punkt hier. Da, da, das sind Marker, die wir hier an dieser Stelle immer wieder sehen. Und an diesem Punkt sozusagen die oberen Anlaufmarken auch klassifizieren können. 1,26,2,5, 1,26,5, die Marker nach oben. Und die haben wir ganz kurz unten drunter unter dem Zwischenhoch hier bei 1,26,6,5 in etwa das Ganze oben als Spike noch mit drin. Und ich sehe gerade hier, ich lese gerade hier, im Hintergrund gibt es auf Zoom wohl relativ laute Unterhaltung. Wartet mal, ich muss mal kurz schauen, ob man da was machen kann. Kurz einen Augenblick, ob ich das rauskriege. So, kurz einen Augenblick. Möglicherweise ist hier das Mikro offen. Ich mache mal ganz kurz, ich habe was stumm gemacht. Bitte mal kurz eine Info, ob im Zoom sozusagen jetzt die laute Unterhaltung im Hintergrund weg ist. Da kann es sein, dass noch ein zweites Mikro in Limassol offen gewesen ist. Die Kollegen haben das Ganze immer mit da. Danke für den kleinen Hinweis. So, also wir schauen jetzt in das WTI. Haben wir hier, übrigens bitte, hier gab es eine Änderung im Kürzel. Vorher war es das WTI. WTI, das Kürzel gibt es immer noch, aber das haben wir hier nur im Closing Mode. Das WTI ist weiterhin handelbar hier bei Tickmill. Selbstverständlich, das neue Kürzel lautet hier XTI USD. Das heißt, das ist das WTI in US-Dollar. Und hier haben wir eine sehr, sehr, sehr interessante Verortung, wo ich mich tatsächlich frage. Also es ist relativ ungewöhnlich, dass man sowas sieht. Dreiecke kennen wir ja. Im Optimalfall sehen wir Dreiecke als Trendfortsetzungsformationen in schönen, stabilen Aufwärtstrends. Ich meine, wir haben jetzt hier was Auftrenden, aber übergeordnet ist das Bild im WTI nicht wirklich aufwärtsgerichtet, sondern wir sehen es an dieser Stelle hier. Es ist ein eher abwärtsgerichtetes Bild. Oben kann man so einen leichten Bogen mittlerweile drüber ziehen. Also es sieht nicht richtig bullisch aus an dieser Stelle, muss ich sagen. Der Markt, der ziert sich schon ziemlich stark hier nach oben zu laufen. Das sehen wir halt im Tagesschat auch sehr, sehr schön. Ein klassisches Dreieck, halt da halt oben eine gerade Linie drauf und unten der Anstieg. Hier haben wir ansteigend, ansteigend und dann hier nicht wirklich mehr ansteigend, sondern eher etwas tiefer fallend. Das macht die Arbeit etwas schwierig, wenn man sagt, das ist ein klassisches bullisches Signal. Das kann es sein, durchaus. Und zwar dann, wenn wir wirklich hier oben drüber laufen. Das heißt, wenn wir dieses Gap Close, ja, nicht nur oben als Widerstand betrachten, sondern wenn der Markt wirklich oben drüber fliegt, ja, dann haben wir gute Karten nach oben zu laufen. Und zwar hier, schaut mal, das war das Gap Close, die Gap Close Kerze, da klemmen wir gerade drunter. Und wenn dieses Level tatsächlich nach oben rausgenommen wird, dann haben wir gute Chancen, erst einmal hier in diesen Bereich oben reinzulaufen. Hier in diesem Verkaufsbereich hier drüben, wo wir auch dieses kleine Zwischenhoch hier gehabt haben. Das ist so die Ecke zwischen 48, 50 und 49, 40 in diesem Bereich. Also das ist da, das haben wir oben durchaus da. Wir brauchen oben raus nur die Dynamik. Und diese Dynamik, auf die kommt es jetzt halt an. Und der Punkt, der halt momentan relativ wichtig ist, ist zu betrachten, wenn ihr euch mal die Wochenkerzen anschaut, schaut euch das mal an. Da gab es in der letzten Woche keinen Preisfortschritt, in der Woche davor auch keinen Preisfortschritt. Also so gut wie keine Veränderung während der Woche. Von unten wurde immer wieder aufgekauft, oben wurde leicht abgekauft. Also Unentschlossenheit im Markt, ja. Und wenn sich diese Unentschlossenheit nach oben auflöst, dann wissen wir, wo der Weg hingeht. Das ist das eine. Das zweite an dieser Stelle ist allerdings, das Short-Szenario ist definitiv weiter vorhanden, gerade für die kurzfristigen Trader. Und da müssen wir so ein bisschen auf diese blaue Linie schauen, die ich angezeichnet habe. Also diese blaue Linie ist jetzt bei Weitem kein Marker, wo ich sagen würde, wenn die unterbrochen wird, muss man unbedingt Short gehen. Nee, so ist es nicht. Es ist einfach nur ein visuelles Hilfsmittel, ja. Wenn man einfach mal schaut, was unten drunter läuft. Und wir uns hier an dieser Stelle eben mal den Stundenchart anschauen. Dann sehen wir hier an dieser Stelle schon einen Markt. Wir sehen es hier. Das ist das, was ich meine. Der Markt läuft hier nach oben ran. Hier ist das letzte Korrektortief. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir einen Abwärtsschub nach unten. Jetzt laufen wir nach oben. Da wird oben wieder vor diesem Hoch abverkauft. Dann laufen wir hier runter. Dann laufen wir das zweite Mal hoch. Hier kommt auch keine Kaufkraft zustande, sondern wir harren weiter hinter unten aus. Und wenn es jetzt nach unten geht, wenn das Ganze gebrochen wird, dann hat man halt die Situation, dass der kleinste Aufwärtstrend, wartet mal ganz kurz, ich zeichne das mal eben kurz an. So, Moment. Schaut es euch mal an hier an dieser Stelle. Da haben wir, jetzt muss ich mal schauen, dass ich das hinkriege, die Situation, wie wir sie jetzt haben. Schaut mal. Das Ganze hier, so, im Kleinen, ne, haben wir jetzt da. Das war das eine. Und das andere, was jetzt gefolgt ist, ist, dass wir ja hier drunter laufen. Hier an dieser Stelle. Wir sind jetzt hier unter ein relativ wichtiges Level schon mal drunter gepikst. Und wenn das tatsächlich rausgenommen wird, nach unten hin, heißt das kurzfristig erst mal ein Abwärtssignal. Also wir sehen es im kleinsten Trend, der Markt ja hier auch nach unten. An dieser Stelle müssen wir das konstatieren, ist da. Und wenn wir tatsächlich unten runternehmen, diesen Bereich hier nachhaltig rausnehmen, das wäre dann das Schurtssignal für die kurzfristigen Trades. Und wo die ranlaufen können, wir sehen es hier an dieser Stelle. Hier die 38,50 ist mal eine gute Marke unten zu sehen. Hier im mittleren Feld an dieser Stelle. Hier sehen wir es ein bisschen besser. Die 36,90 und die 34,35. Das sind mal größere Marker, wo man ranlaufen kann. Zwischendurch gibt es natürlich auch immer noch was. Ich zeige es mal kurz mit dem Fadenkreuz. Schaut mal hier. Diese Marke 39,10 bis 39,15 sehen wir hier sehr, sehr schön. Und dann sehen wir noch hier drüben diesen Bereich um die 37,30 bis 37,35. Das sind die Level, die wir hier auf der Unterseite als Anlaufpunkte haben. Also wenn es tatsächlich nach unten rutscht und der Markt hier anfängt, dann hier das Ganze schön nach unten zu sehen. Und ich hatte im Brand auch ja mal ein Setup eingestellt, wo man gesagt hat, okay, oben drüber die Risikobegrenzung. Und solange wie es da nicht drüber fliegt, haben wir halt einfach nicht das Long Setup. Und dann die Unterseite immer antesten. Dieses Setup ist weiterhin aktiv. Und das gleiche Setup können wir hier durchaus im WTI mit traden. Das zum Öl. Und damit würde ich sagen, gehen wir auf die Fragen noch mit ein. Das heißt hier Euro-Australdoller und Euro-Japanischen Yen haben wir da. So, machen wir. Starten wir durch hier. Und zwar starten wir zuerst mit dem Währungspaar Euro-Australdoller. Die Frage kam zuerst, hier haben wir einen Wochenchart. Nein, den Tagesschart. Den Tagesschart vom Australdoller, Euro-Australdoller. Und wir sehen, wir sind gerade verortet in einem ordentlichen Schwungbereich hier oben. Kleinen Augenblick. Ich richte den Chart mal noch schön ein, dass wir hier nur das haben, was wir drin brauchen. So, die runden Marken auch raus. Und hier ist es momentan relativ interessant. Und zwar im kurzfristigen Bereich. Wenn man sich das mal anschauen möchte, haben wir hier wieder seit geraumer Zeit einen Seitwärtslauf. Also wir haben aktuell die Phase, dass wir von einem Seitwärtslauf in den nächsten übergehen bei vielen, vielen Währungspaaren. Und hier oben ist momentan der Deckel drauf. Hier oben, das ist der Bereich, wo der Deckel ist. Im Kleinen, im Großen ist die Währung hier begrenzt zwischen hier oben der 1,66. Da sehen wir, dass der Deckel drauf. Und unten liegt der Boden bei 1,68. Und hier im Median dieses größeren Schwungbereiches, den wir hier sehen, haben wir jetzt diese kleine Range unten drin. Und das schauen wir uns mal eben kurz im Stundenchart an, damit wir so ein bisschen sehen, wie sich der Markt ein bisschen verhält. Und was wir hier aktuell sehen, die interessante Sache, ist die, kurz einen Augenblick, ich mache hier mal die Unterseite auch noch mit drauf. Das wäre die untere Seite, die untere Begrenzung. Und das immer dann, wenn wir oben ran gelaufen ist, dass da der Abprall nach unten kam und umgekehrt. Und wir sind jetzt wieder oben. Und auf der Oberseite ist es jetzt tatsächlich interessant, was passiert. Wenn der Markt nämlich tatsächlich oben drüber geht, wäre mal kurzfristig hier die 1,64,4. 5,4,6 hier oben ein erster Anlaufpunkt. Und da wird es auch interessant. Wenn wir da nämlich drüber fliegen, dann wäre ein Anstieg auf 1,65, knapp 4 durchaus ein denkbares Szenario. Prallen wir allerdings von dieser Oberseite hier ab, dann, jetzt können wir uns mal etwas näher hier reinzoomen, dann können wir uns auf diesen kleinen Aufwärtstrend hier mal verlassen. Das ist ja das, was den letzten Schub gegeben hat nach oben hin. Und im Kurzfristbereich, ja, weil diese Range ist nicht so gigantisch breit, dass man sagen kann, jetzt können wir hier mal einen Trade über die nächsten zwei Wochen machen. Klar kann das Wackeln in dieser Range auch zwei Wochen dauern, aber nichtsdestotrotz, es ist eher für das Kurzfristige. Und auf der kurzfristigen Seite, da können wir uns auf der Unterseite einfach auf die Laue legen. Und ich markiere es mal eben ganz kurz, ich mache die Linien mal noch hier in einer anderen Farbe, dass wir es besser sehen können, die untergeordneten Teile wie immer Magendafarben. Hier, schaut mal, das sind die Level, die wir durchaus auf der Unterseite sehen können. Die Anlaufbereiche im Kurzfristbereich 1,63,1,1,62,8,7. Und 1,62,5,6 in etwa, das sind die Marker, die wir haben, wenn wir hier oben tatsächlich abprallen. Und wie so ein Abprall ausschaut, das machen wir mal kurz mit dem Blick in die 5 Minuten rein. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht genug, doch, hier kommen wir rein. Schaut mal, hier sind wir oben ran gelaufen und dann gab es den Prall nach unten. Gut, das war jetzt eine Situation, die weit, weit weg gelaufen ist. Aber so ein klassischer Abprall, der macht sich halt bemerkbar, dass wir Abwärtstrends bekommen. Hier haben wir den ersten Lauf und wenn wir jetzt beispielsweise wieder hochlaufen würden und dann direkt nach unten abdrehen, das wäre dann so die Geschichte, jetzt wollen wir wirklich runter. Aber ansonsten, der Abprall von oben läuft momentan und der kann sich halt deutlich noch nach unten ausdehnen. Und das ist das, was wir hier schön sehen. Also, die Range ist da, wird sie nach oben zerbrochen, haben wir weiteres Potenzial. Ins kleine Spike hoch oben rein, wird sie allerdings nicht gebrochen, sondern hier, schaut euch mal die Stunde an. Das ist eine typische Umkehrkerze und das haben wir ja hier drüben auch gesehen. Typische Umkehrkerze und danach geht es erstmal nach unten. Und wenn diese Kerze sozusagen Bestätigung findet, das heißt hier unterstief drunter läuft, das wäre dann die Bestätigung des Umkehrsignals und dann können wir durchaus diese Unterseite wieder mit annehmen und die Zielmarken auf der Unterseite sind ja ganz klar da. Das mit Blick in Euro-Austral-Dollar und damit noch rein in Euro-Japanischen Yen. Jawohl, die Währung war es gewesen. So, Euro-Japanischen Yen haben wir hier oben. Da aufmachen und dann gucke ich mal eben kurz die Verortung. Wir sind weit in einer schönen Bewegung, im 4-Stunden-Chart drin. Tagesbasis sagt uns, der Markt hier ist schön von unten rausgekommen. Wir sehen es hier auch schwingen. Diesen alten Widerstandsbereich um die 1,22 haben wir rausgenommen. Ist jetzt ein Support-Level gewesen und der Weg nach oben hin ist frei. Und da wir hier an dieser Stelle hier drüben an diesem Punkt keine Schwungbereiche gesehen haben, müssen wir halt in die kleineren Bereiche reinschauen. Und da muss ich kurz einen Augenblick, ich muss mal etwas näher ran zoomen, damit wir sehen, schaut mal, wir haben hier nicht mal im Stundenbereich einen starken Anlaufbereich. Das Einzige, was mir hier in dieser Marke oder in diesem Feld auffällt, ist dieser Bereich hier oben. Der wäre durchaus mal als Anlaufpunkt auch da. Hier drüben, das ist der Verkaufsbereich, den wir da gehabt haben. Hier grob, das ist so über den Daumen die Marke von 1,23,6, als der Markt hier drüben rumgedreht ist. Wartet mal, das glaube ich, kriegen wir doch mal so hin, wenn ich das mal so rüberziehen will. Wartet mal, mal schauen, ob ich es hinkriege. Nein, ich kriege es nicht hin. Der springt immer wieder zurück. Also hier, ich zoome es nochmal kleiner, das geht jetzt leider nicht anders. Das ist der Verkaufsbereich hier oben. Und da ist Luft bis oben hin. Das heißt, wenn sich das ganz in aller Ruhe nach oben hin fortsetzt, und die Chance ist ja durchaus da, dann haben wir als nächste Anlaufmarke, den nächsten Zielpunkt auf der Oberseite, die 1,23,6. Was hier jetzt einfach nur zu beachten ist, ist, was macht der Markt hier an dieser Stelle? Und wir sehen es im Kleinen, schwingt er weiter hoch. Der Größere ist hier definitiv auch hier, das ist mal der lange Lauf. Und das im kleinen Lauf hier, das wäre das hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Hier in den Seitwärtslauf und dann ging es weiter jetzt nach oben. Und wenn sich das fortsetzt, das wäre interessant, wenn es einen Rücksetzer gibt, das Ausbruchslevel hier um die 1,22,5. Das ist eine interessante Geschichte auf der Unterseite, weil nicht selten passiert es ja, dass wir in die Korrektur reinlaufen, diesen Ausbruchsbereich nochmal antesten. Und dort liegen dann weitere Kaufortes, die den Markt dann nach oben schieben. Das wäre interessant. Das heißt, jetzt an dieser Stelle sind wir in die Bewegung reingelaufen. Wenn es zur Korrektur und dann zur Umkehr kommt, ist das ein Zeichen dafür, dass wir weiter hoch wollen. Und den Marker oben haben wir ja da. Ansonsten, wie schon gesagt, ganz klar zu beachten, wenn es tief geht und der Markt keine Lust mehr hat, ist das auch ein Zeichen. Dann fallen wir hier drunter unter dieses Level. Kurz einen Augenblick hier unter, Moment, dieses Level hier unten drunter da. Das wäre das Zwischentief. Dann geht es tiefer in die Korrektur. Und dann kommt plötzlich wieder hier der Unterstützungsbereich um die Marke von 1,22 ins Spiel. Das ist das, was wir sehen im Blick oder mit Blick auf das Währungspaar Euro-japanisches Yen. So, das haben wir da. Und ja, ich würde sagen, das passt soweit. Ich kriege hier noch die Frage, ob ich den Anzeiger, den Mausanzeiger auf schwarz umstellen kann. Das wird witzig. Meine Bildschirme sind alle schwarz. Ich sehe dann meinen Mauszeiger nur, wenn ich in den weißen Feldern bin. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas machen kann, dass ich in den Webinaren einen besseren Zeiger habe, damit man das besser sehen kann. Das ist ein ganz lieber Hinweis. Ich muss mal schauen. Schwarz möchte ich den ungern machen, weil ich sehe ihn dann wirklich nicht. Aber ansonsten gucke ich mal, ob ich vielleicht einen Punkt oder ähnliches drum kriege. Da mache ich mich mal schlau. Das wird schon gehen. Danke für den Hinweis. So, dann haben wir das. Fragen gibt es weiter keine. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Einen guten Start in die neue Woche. Wird ja heiß vom Wetter zumindest ist das angesagt worden. Hoffentlich auch heiß an den Märkten. Danke für die Zeit und bis morgen früh. Um 8.30 Uhr im Livestream hier bei Facebook bzw. auf Zoom. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.